Im Internet muss man nach Stammzellbehandlungen nicht lange suchen. Die Angebote reichen von Schönheitskuren gegen Hautalterung bis zur Behandlung von Arthrose. Selbst Krebs soll sich mit Zellextrakten aus Stammzellen heilen lassen. In den USA floriert das Geschäft mit den Heilsversprechen aus Stammzellbehandlungen seit Jahren. Und so bieten auch hierzulande erste Anbieter ihre Dienste am Rande der wissenschaftlichen Stammzellforschung an. Am Universitätsspital Basel sucht eine Arbeitsgruppe nach den noch verborgenen Fähigkeiten von Stammzellen aus Fettgewebe. Defektes Knochengewebe ersetzen, das ist hier ein Ziel. Erste Ergebnisse aus dem Labor sind vielversprechend und lassen das Team rund um Ivan Martin hoffen. Eine noch ferne Hoffnung allerdings. Das Potenzial von diesen Zellen ist enorm. Es wird aber zumindest zwei, fünf Jahre dauern, bis die Ergebnisse der klinischen Studien erarbeitet werden, damit eine mögliche Wirksamkeit von diesen Zellen bewiesen werden kann. Die begehrten Stammzellen lassen sich aus abgesaugtem Körperfett gewinnen, sieht nach einem grossen Eingriff aus, ist aber längst Routine. Das entnommene Fettgewebe wird dann zentrifugiert. Dabei trennen sich mehrere Schichten aus Fettzellen, Blut- und Gewebeflüssigkeit. Ganz zuunterst ein Zellcocktail, die Stromal Vascular Fraction, SVF. Und gemischte Zellen, die z.B. neues Bindegewebe, Blutgefässe oder Fettzellen bilden können. Dieser konzentrierte Zellcocktail wird in etwas Flüssigkeit aufgeschwemmt und in den Körper zurückgespritzt. Bereits ausprobiert hat das Forscherteam an der Uniklinik in Basel das Verfahren mit dem Zellcocktail bei einem gebrochenen Oberarm. Die Patientin litt an ausgeprägtem Knochenschwund. Wir haben in unserer Studie bei Oberarmknochenfrakturen in älteren Patienten mit Osteoporose, dort könnten wir beweisen, dass die körpereigenen Fettzellen neue Knochen gebaut haben. Aber um eine statistische Wirksamkeit zu beweisen, müssen wir jetzt noch grössere Zahlen von Patienten in dieser Studie reinbringen oder andere Indikationen auswählen. Stammzellen aus Fettgewebe regenerieren zerstörtes Körpergewebe. Auch bei der Swiss Stem Cell Foundation setzt man darauf. Unter sterilen Bedingungen entstehen hier, mit dem Segen der Swiss Medic, die begehrten SVF-Zellcocktails. Abnehmer sind vor allem Schönheitskliniken. Daneben bietet man einen weiteren Service an. In solchen Behältern können Kunden ihre Stammzellen für 30 Jahre einfrieren lassen. Kostenpunkt 3'900 Fr. sind in den Produkten und in den Produkten bieten. Unsere Kunden kommen hauptsächlich aus China und Russland. Natürlich wollen wir künftig auch Schweizer Kunden haben. Dieses Angebot gibt es noch nicht sehr lange. V.a. Privatpersonen nutzen dieses Angebot, weil sie durch Werbung in China davon erfahren haben. Gefrorene Fettstammzellen für die Zukunft lagern. Gibt es dafür wirklich gute Gründe? Erstens sollte man die Zellen einfrieren, wenn die Person so jung wie möglich ist. Zweitens, damit die Zellen auch dann verfügbar sind, wenn die Therapiemöglichkeiten mit Stammzellen künftig so weit entwickelt sind, dass sie in der Medizin angeboten werden können. Solche Fettstammzellen und Extrakte also sind selbst in den Augen der Anbieter eine ungewisse Investition. Als Wunderwaffe wie im Netz beworben, taugen sie längst noch nicht. Rechts Wunderwaffe wie im Fernsehen stößt. Vielen Dank.